Kennst du deinen Kalorienbedarf? Falls nein, sieh dir unbedingt dieses Video bis zum Schluss an. Falls ja, dann sieh dir auch bitte unbedingt dieses Video bis zum Schluss an, um zu erfahren, wie sich dein Energiebedarf zusammensetzt und wie du ihn zu deinen Gunsten manipulieren kannst. Hi, ich bin Alexander Seyfried vom Sano Gym in Ulm und heute zeige ich dir, wie sich dein Kalorienbedarf zusammensetzt und was du tun kannst, um ihn effektiv anzukurbeln. Wie du vielleicht schon aus unseren anderen Videos erfahren hast, benötigst du für das Abnehmen vom Körpergewicht eine negative Kalorienbilanz. Dafür musst du weniger Kalorien zu dir führen, als du verbrauchst bzw. mehr Kalorien verbrauchen, als du zu dir nimmst. Das Problem dabei ist, dass die meisten Menschen ihren Kalorienverbrauch deutlich überschätzen und dabei die Kalorienzufuhr deutlich unterschätzen. Aus diesem Missverhältnis entstehen häufig die paar Kilos, die viele von uns zu viel haben. Deswegen ist es besonders wichtig zu verstehen, welche Einflussfaktoren sich auf deinen Energieverbrauch, deinen Kalorienverbrauch auswirken. Mit diesem Wissen kannst du deinen Kalorienverbrauch effektiv erhöhen und überschüssige Kilos loswerden. Der allergrößte Posten deines Energieverbrauchs ist der sogenannte Grundumsatz. Dieser macht bis zu 70% deines Gesamtenergiebedarfs aus. Der Grundumsatz oder auch Ruheenergieverbrauch beschreibt genau das, nämlich diejenige Kalorienmenge, die dein Körper in absoluter Ruhe verbraucht. Das heißt, wenn du wach bist, aber nur im Bett liegst und sonst nichts tust, benötigt dein Körper trotzdem eine große Menge Energie, um lebenswichtige Funktionen wie Herzschlag, Atmung und Verdauung aufrechtzuerhalten. Diese Prozesse machen wie gesagt bereits bis zu 70% des Gesamtenergiebedarfs aus. Hinzu kommen ca. 15% der sogenannten Non-Exercise Activity Thermogenesis. Also, Wärmeproduktion, die aus Bewegung resultiert, die allerdings kein bewusstes Training darstellt. Anders ausgedrückt, 15% deines Energiebedarfs entsteht durch alltägliche Bewegung wie Gehen, Waschen, Putzen, Haushalt, Gartenarbeit usw. Bewegungen, die du absolvierst, jedoch kein Training sind. Diese 15% kannst du effektiv nutzen, um deinen Kalorienbedarf zu erhöhen, z.B. durch die Erhöhung deiner täglich gegangenen Schritte. Weiterhin hat auch deine Nahrung, die du isst, eine Auswirkung auf deinen Kalorienverbrauch. Richtig gehört, die Nahrung, die du isst, führt nicht nur Energie zu, sondern verbraucht auch welche. Das liegt darin, dass auch die Verdauung der Nährstoffe, die du zu dir nimmst, Energie benötigt und als Wärme verloren geht. Dieser sogenannte thermische Effekt des Essens oder Thermic Effect of Food beträgt bis zu 10% deines täglichen Energiebedarfs. Die letzte Variable, die einen Einfluss auf deinen Gesamtenergieverbrauch hat, ist die wohl am meisten überschätzte und du wirst dich vielleicht wundern, sie heißt Sport. Sport oder Exercise Activity Thermogenesis, also die Wärmebildung und der Energieverbrauch, der durch aktive und bewusste Bewegung in Form von Training produziert wird, beträgt lediglich 5%. Bedeutet das, dass du ab sofort keinen Sport mehr machen sollst oder musst, um effektiv dein Gewicht zu halten oder abzunehmen? Ganz sicherlich nicht. Denn Sport hat den Vorteil, dass du durch effektives Training Muskulatur aufbaust. Wenn du Muskulatur aufbaust, erhöhst du damit deinen Ruhe-Energie-Verbrauch. Denn Muskeln verbrauchen auch in Ruhe Energie, selbst wenn du sie gar nicht benutzt. Dementsprechend hat Sport gleich eine doppelte Wirkung auf deinen Energieverbrauch. Einmal direkt in Form der 5%, die aktiv zu deinem Gesamtenergieverbrauch beitragen und gleichzeitig erhöht sich dadurch dein Ruhe-Energie-Verbrauch. Und wir erinnern uns, das waren die 70% der größten Posten deines Energieverbrauchs. Deswegen ist Sport doppelt wertvoll, wenn du Energie verbrauchen willst und dein Körpergewicht reduzieren möchtest. Natürlich hat Sport noch viele weitere gesundheitliche Effekte, die wir in diesem Video gar nicht alle aufzählen können. Fassen wir noch einmal zusammen. Der mit 70% größte Posten deines Energieverbrauchs ist der Ruhe-Energie-Verbrauch. Diesen kannst du nur durch Sport noch nach oben manipulieren. Zusätzlich hast du 15% die Möglichkeit, durch Schritte und andere Nicht-Trainings-Alltagsaktivitäten deinen Energieverbrauch nach oben zu schrauben. Wenn du zusätzlich den thermischen Effekt der Nahrung ausnutzen möchtest, das waren 10%, dann empfehle ich dir zusätzlich proteinreich zu essen. Denn Proteine oder Eiweiße werden besonders ineffizient verstoffwechselt und produzieren während der Verdauung besonders viel Wärme. Das bedeutet, wenn du deinen Energieverbrauch zu deinen Gunsten manipulieren möchtest, mehr Energie verbrauchen und mehr Fett verbrennen möchtest, empfehle ich dir Sport. Vor allem intensiven Sport für Muskelaufbau, um deinen Ruheenergieverbrauch zu erhöhen. Eine erhöhte Non-Exercise-Activity-Thermogenesis, also mehr Alltagsbewegungen, mehr Schritte, mehr Bewegung in deinen Alltag zu integrieren und bei der Ernährung auf ausreichend Eiweiß zu setzen. Mit diesen drei Punkten wirst du deinen Energieverbrauch erhöhen und effektiv Körpergewicht verlieren. Hat dir dieses Video gefallen? Wenn ja, lass es uns wissen. Gib uns Feedback in den Kommentaren oder einem Like oder einer Weiterempfehlung. Wir freuen uns, dass du heute wieder zugesehen hast und sehen uns beim nächsten Video oder ab Februar 2022 live und in Farbe im nagelneuen Sano Gym in Ulm. Wir freuen uns auf dich. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Alex von Sano Gym. Outro Bis zum nächsten Mal.